Musik Fast acht Monate im Jahr führen Frost und eisige Kälte ein hartes Regiment auf Magreur. In der kurzen Sommerzeit des nördlichen Polarkreises erobert sich die Natur mit aller Kraft die Freiräume zurück, die sie in den dunklen Wintermonaten verlieren. Musik Ein Biotop für Vögel und natürlich für fast 5000 Rentiere, die hier auf Magreur die Sommermonate verbringen. Musik 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 Musik